Meine Person ist Theo Gerio. Er ist ein Pianist und Schauspieler. Er wurde am August 12 1992 geboren. Er wurde in Menedorf in Deutschland geboren. Er spielte Musik als er war Kump. Er hat in London studiert. Er war in Film Mietes im 2006. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am liebsten möchte ich jemand anderes werden. Wie geht es zum Beispiel? Einfach normal. Keine Gelegenheit hat uns, die Lehrer lächerlich zu machen. Am liebsten vor der ganzen Schülklasse. Flattermusforscher, Architekt, Chemiker, willst du alles nehmen? Wie wäre es mit Bank? Taxifahrer? Jetzt weiß ich es. Pilot. Isabel, du bist die Liebe von meinem Leben. ärg der Birte im 2000-Wer mit Piano. Im 2005, er gewann in der International France League Piano Kompetition im Weimar. Er ist bescheiden, weil das nicht tut, ob er ist berühmt. Er ist nett, weil jeder ein Talent haben und ist wild begabt. Er ist ein Robi. Er hat ausgeführt mit Musikkollegium Interview. Er studiert mit Studio Funk, studiert mit dem Institut of Music in Philadelphia. Er studiert mit Studio Funk, studiert mit Studio Funk.